einen wunderschönen guten tag und ein frohes neues jahr 2020 ich melde mich kurz mit eine kleine zusammenfassung und ankündigung zurück wir sind dabei mit für euch vieles vorzubereiten und mit meinem team der fibonacci code homepage und fibonacci signal homepage mit hochdruck hoch zu fahren und natürlich mit euch die signale in perfektion wie möglich handeln zu können mein team und gelegentlich auch ich werden wieder wie angekündigt ab nächste woche live dabei sein in diesem video möchte ich sehr gerne kurz auf mein handelsplan erstellt und vorgestellt am 16 12 eingehen und eine kurze marktausblick zum schluss geben vieles haben wir schon bereits im videos und in live stream mit euch besprochen und wir haben am abend zusammengefasst bitte guckt euch diese videos an damit für die neuen die die dazugekommen sind einfach klarer wird und nachvollziehbarer das ist eine kleine kostprobe von meinen handelsplänen ich handel die die markt bewegungen sehr selten aber wenn ich handel erstelle ich einen plan und und handel die über wochen und manchmal manchmal tut dax auf uns ein gefallen und machte hat bisschen schneller und manchmal dauert zeit eben über wochen und vielleicht auch monate meine trader werden mit euch ab nächster woche die kleine bewegungen im markt herauskristallisieren ankündigen und mit euch handeln also das heißt bisschen mehr day trading betreiben aus und könnt ihr natürlich genauso mit denen nachvollziehen und mit gehen wir sind wie oft gesagt system trader das heißt wir haben ein system und unsere system schreibt uns ganz genau vor was sollen wir und wo sollen wir handeln und wann sollen wir eine position erhöhen oder eine position als eine position aussteigen das heißt dass wir eine eine wahrscheinlichkeitsplan machen so habe ich für euch am sechzehnte zwölfte gemacht und habe ganz genau den zielbereich die ich die ich im vor auge behalte und maximal bereich maximal bereich heißt für mich wenn extensionen gibt dass es das der kurs noch mal dahin gehen kann und natürlich auch den die muss ziele die mindestens gezeigt wird die machen wir ganz genau markieren wir ganz genau und werden wir für euch genauso auch in zukunft machen und natürlich bleiben wir dann sehr nah am markt und schauen wir wo die einstiegsbereiche sich ankündigen und gehen wir so wie so wie so wie am sechzehnte glaube ich war das sechzehnte zwölfte am oben am short sich angekündigt hat genauso gehen wir auch vor und schauen wir ob das dann diese position weiterhin chancen hat in diesem muss sie zu erreichen oder so wie am neunzehnte der fall war eine kette von negativen wahrscheinlichkeiten sich zeigen dass wir sogar diese position glatt stellen müssten und sogar long gehen long gegangen sind weil die chancen auf einen ein anstieg nach oben sehr groß war diesen long haben wir angekündigt dass es eigentlich nur eine rücksetze ist also der wird anschließend noch einmal fallen und 13.100 als minimales ziel erreichen und dafür haben wir wie in letzten videos angekündigt haben den einstieg gesucht und 13.100 auch getradet wir sehen was fdax danach gemacht hat im bereich 13.100 ist damit den gap gestiegen und hat anschließend hat anschließend den maximalbereich sogar kurz vor dem maximalbereich am abend geschlossen auch nachbörselig hat er genau den maximalbereich erreicht also 13.460 war nachbörselig der kurs und ihr sieht dass das in der bereich nicht darüber gestiegen ist also man könnte auch diesen diese bewegung wunderbar handeln ob ob wir ob wir ob wir intraday der position eingegangen sind oder auch nachbörselig eingegangen sind völlig egal auf jeden fall die stopps die über den die 13.460 waren haben perfektion gehalten gehalten in diesem plan haben wir sehr vor besprochen sehr vor bedeutet den chance risiko verhältnis chance risiko verhältnis habt ihr ja mit den grünen kasten genau gewusst wo will ich mit den großen plan hin wo darf wie gesagt der maximal erreichen je höher die chancen desto höher darf der money management sein das heißt wir können nicht einfach über money management ein buch schreiben oder oder irgendwas veröffentlichen wenn wir nicht die wahrscheinlichkeit unserer erfolg kennen das heißt es macht überhaupt keinen sinn über den über der größe der position zu reden wenn wir so eine plan nicht haben das heißt im umkehrschluss wenn der maximal bereich erreicht wird und wir sind sehr nah an den stopp linien dann können wir entsprechend natürlich großen position eingehen und intraday diese position erhöhen wenn eine bestätigung natürlich geliefert wird das haben wir auch getan wie ihr seht im bereich 13.012 290 80 das war euch bekannt die haben wir mehrfach schon angekündigt gehabt fdax ist in diesem bereich geöffnet eine riesengap und dann ist der anschließend noch einmal gefallen um kurz zu machen ist fdax bis zum ersten zielbereich 12 950 gefallen und hier hat sich noch einmal ein negative kette von also negative kette von wahrscheinlichkeit gezeigt dass der position sehr minimalisiert werden müsste beziehungsweise glatt gestellt werden müsste ich zeige es euch einfach wenn wir im bereich 12.950 sind wenn wir den stopp allein bis zum 13.000 über die 13.100 gesetzt haben wäre eine negative crv das heißt die chancen bis zum 12.880 70 wäre viel kleiner gewesen als unseren stopp das ist nicht alles es war eine von 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 der kette hier hat sich sehr viele systematisch sehr viele negative kette gezeigt dass wir die kette gezeigt dass wir die position minimalisiert beziehungsweise glatt stellen müssten es war ja sowieso mein erster zielbereich der ankommen müsste deswegen war ja auch hat es ja auch nicht sehr viel weh getan den anderen stopp könnte man natürlich noch einmal über die 13.000 oder 13.100 setzen wobei ich wie gesagt allein aus sehr vorgründen nicht favorisiert dann lieber geht man aus der position raus oder minimalisiert wie gesagt denn der position oder hedge man der position sehr hoch sehr hoch da darüber werden wir in 2020 sehr sehr oft reden und sehr viele videos für euch machen und sehr viele kleine webinare machen dass ihr solche dingen natürlich am besten versteht ein ganz wichtiger grund warum ich nicht mehr in dem short position reingekommen bin ist das wort krieg der krieg ist natürlich ein ein anfang ein negatives wort aber leider beflügelt die märkte also das ist ein indikator für steigende märkte und bis der markt sich nicht davon beruhigt hat ihr sieht dass der bewegung danach ganz schön impulsiv nach oben ist bis dass ich aus diesem schock oder aus dieser freude wie man das haben will nicht beruhigt hat kann man nicht wieder in position short reingehen allerdings ist fdax gerade und jetzt kommen wir zum marktausblick ist fdax gerade in den anfänglichen stopp bereich das heißt es ist immer noch nicht passiert fdax kann bis zum 13.540 steigen darüber würden wir am besten nächste woche mehr besprechen ihr solltet sicherheitsgründen prozüglich handeln prozüglich ist es ihr seht ja was fdax heute gemacht hat der ist von 13.510 bereich einfach bis 460 gefallen und da hat er sofort gefunden genau diesen linien die die ich euch markiert habe prozüglich bedeutet wenn fdax sich wieder darunter stabilisiert und dann können wir wieder in dem short bereich reingehen als antizyklischer bereich wie gesagt 13 13.520 bis 40 diesen bereich kann man sich vielleicht angucken wie gesagt die jungs werden für euch dann ab nächster woche wieder live sein und mit livestream beginnen wir freuen uns total auf euch vielen vielen dank für euren kommentare ich habe es gesehen ich habe viele e mails bekommen dass ihr diesen bewegungen mitgegangen seid dass ihr mehrere hundert punkte plus gemacht habt mit euch das ist mit uns das ist wirklich eine riesengroße freude für uns dass ihr die signale wahrnimmt und uns dem vertrauen entgegen schenkt ich hoffe dass wir in 2020 viele solche gute momente miteinander haben können ich danke euch und ich verabschiede mich bis nächste woche alles liebe bis bald bis bald